100 Jahre ist für ein Menschenleben eine überlange Zeit, für das Leben einer Uni gar nicht so lange. Europa hat Universitäten, die sind mehrere hundert Jahre alt. Und diese Universität ist gegründet worden, als das Land im Aufbruch war. Und jetzt ist es wieder in einem anderen Aufbruch. Nach der Zeit der Diktatur und nach einer problematischen Zeit des Übergangs gibt es eine neue Freiheit. Und ich wünsche all denen, die hier studieren und all denen, die hier lehren, dass sie diesen großen freien Raum der Freiheit für die Forschung und Lehre nutzen können. Und ich wünsche ihnen Optimismus, dass jedes Jahr, das die Armenier verbringen, das Recht und der Wohlstand und die Demokratie wachsen und gedeihen. Alles Gute für die nächsten 100 Jahre.